Das ist ja auch egal, ich würde ja nur haben, das interessiert mich nicht, ob eine Stange fällt oder das, ist gleich. Da ist schon zweiter Platz, dritter oder vierter, wenn er Fehler hat, bringt er nicht. Entweder nur oder gar nicht. Ich bin ja vorne, sonst kann es sich so vorher. Jetzt sind wir ja heute bis jetzt noch nicht so auf Vorsprache, ne? Nein, nein. Vielleicht macht der Pieders jetzt. Ich bin ja heute bis jetzt. Die Zeit.